Ich habe keine Ahnung, ob das das ist. Er hat den selben Namen in sich, deswegen... Mal gucken. Ich kann dir nicht helfen. Ah! Was war das denn? Der heilige Geist? Hey, Sakura Agato schlägt hier gerade irgendwie auf dem Felsen ein. Das ist irgendwie beunruhigend. Okay. Naja, wer irgendwie Spaß macht. Ja, ähm... Absolut. Ich meine, warum nicht? Ja! Ja! Für Gottes Willen. Du rufst mich, wenn du mich brauchst, ne? Ja. Ja, aber ich habe keine Lust mehr, es jetzt die ganze Zeit umzustehen, deswegen. Das ist doch ne Dings hier, so ne komische... Ach, wer ist ein Jäger doch gleich? Na, sag mal. Mal! Ich... Ne, jetzt hier, wenn du auf der Karte Monster hast und du musst da Monster probeln... Ja. Genau. Ne, das... Das ist es doch nicht. Das beinhaltet zwar auch das Wort Sylfen, aber... Das hat damit wohl nicht viel zu tun. Wie gesagt, wir können dir leider nicht helfen. Ich habe dich an beide Orte gebracht, die auf deiner Karte gesehen waren. Ja, ach. Das wird wahrscheinlich wieder so die klitzekleinste Kleinigkeit sein, die du übersehen hast. Wahrscheinlich. Wäre nicht das erste Mal. Ja, aber ich gucke jetzt noch... Ja, aber ich gucke jetzt trotzdem nochmal alles nach. Kannst du gerne machen? Nur stehe ich hier. Ich würde dir auch gerne helfen. Wie gesagt, ich weiß... Ich weiß wohl leider nicht wie. Oh, diese Emotes sind so süß! Oh, dicke Katze! Warte mal, jetzt brauche ich... Einmal... Dicke Katze! Und? Dicke Katze! Jetzt muss ich sie anstarren. Hier sind irgendwelche komische Silfen aufgetaucht. Lol. Huch! Der Tanz der dicken Katze! Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö beste Katze. Ja! Oh! Oh, halt diese Peinchen, die sind so fies. Das Schwänzchen. So, würden wir jetzt schreien einfach, ne? Ja, ja. Ja, ich, ne? Und so. Ja, ich weiß, dass mein Partner hier nicht mit in das Gebiet fliegen kann. Das ist mir bewusst. Ditti ist mir, äh, mehr als bewusst. Ja, ich bin richtig. Oh ja, ich kann hier ja noch nicht fliegen. Ja, wir nehmen deine Quests an. Ich weiß, es macht nicht viel Sinn, für diese kurzen Strecken Reitiere zu nehmen. Aber ich liebe meine Reitiere. Hup. Hoppla. Das ging etwas daneben. Oh, die Musik in diesem Endon ist so toll. Liebe sie. Ach so, warte. Das mache ich am besten mit dem Schiss Dancer. Ach, und bevor ich es vergesse. Hm. Da muss ich nur einmal... Bitte einmal ins Inventar legen. Und das bitte einmal... Wohin, ich hatte erst aufgeräumt. Warum ist das Ding schon wieder voll? Oh, Fick. Wirklich? Fick. Das sieht nicht schlecht aus. Jetzt bin ich eben wieder mit dem lahmen, aus dem Drachen unterwegs. Ich möchte wieder mit dir fliegen. Das sieht so aus, als wenn er sich so richtig abquälen würde. Welche? Deine Quests würde ich auch gerne einmal annehmen. Hm. Ach, du grüne Neuner. Mehr ging hier aber nicht. Ausbildungsbeginn. Neulinge suchen. Äpf. Joa, ne. Ich, ich blinde. Da hinten ist noch jemand was. Das war, glaube ich, nicht das, wo wir hin sollen, aber... Passt. Ne, das ist so ein Kraut. Ne, nehmen wir mit. Also ich glaube, der Teufel liegt dort in den Detail. Und das Detail, da bin ich einfach, äh, zum Rüde für. Hm. Das kriege ich jetzt auch nicht mehr auf der Fange. Da... Weil sonst werde ich gleich wirklich genervt und das habe ich auch... Du wirst schon genervt. Mhm. Auf achtfache Art und Weise. Mhm. Deswegen werde ich erst ins Bett gehen. Hm. Ist vielleicht besser. Ach, da ist der Neuling. Nicht ein Neuling. Ach, für meine Quest. Der zittert vor uns. Ach, okay. Hm. Hm. Und du läufst von mir weg. Nett. Du hast ihm Angst angejagt. Ne. Glaub nicht. Doch. Ich finde schon, du kannst... Doch, du kannst schon... Du kannst schon ziemlich angstanklösend sein. Hm. Ist so. Er hängt von den Leuten ab, denen ich begegne. Hm. Ja. Ja. Das denke ich auch immer. Wobei manche mir auch das... Das fürcht lehren. Guck dir oft vor, aber... So ab und an mal. Hm. So dezent. Zwei, dreimal im Jahr vielleicht. Okay. Okay. Nein, ich wünsche auf jeden Fall noch viel Spaß. Ja, den würde ich haben. Das ist gut. Mach nicht allzu lang. Och doch, werde ich. Ist das Final Fantasy. Natürlich mach ich da lang. Ja, dann... Dann mach halt lang. Die... Die Wetten sind übrigens auch wieder... Sie dürfen gestartet werden. Wie lange ich mache. Ah, ich denke mal bis drei. Also das längste war jetzt neulich bis vier. War glaub ich am Freitag. Hab ich bis vier Uhr glaub ich gemacht. Okay. Also ich tippe bis drei. So drei... Ja, dreiehalb vier. Hm. Du kannst mir ja morgen sagen, ähm... Wie lange es dann letztendlich doch war. Das könnte ich tun, ja. Man kann nie genug Elfer-14-Zock-Bestand. Dann wäre ich dir sehr verboten, wenn du das tust. Hm. Die werde ich bestimmt machen. Ja. Na gut. Dann dir noch viel Spaß. Ja, werde ich haben. Später eine gute Nacht. Ja. Dir auch. Dankeschön. Bisschen Wildkraut. Bis später. Bis später. Ciao. Ciao. Uh, ich hab Wildkräuter gefunden. Wie geil. Ja, wie cool. Umlauf ich eigentlich die ganze tot zur Fuß. Ah, dicke Katze. Ähhh. Da ist auf jeden Fall das Wildgrot wieder. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Dailies machen. Ich glaub drei Stück sind noch offen, ne? Das ist doch offen. Das hatten wir, das hatten wir, das ist doch offen. Das ist doch noch offen. Das hab ich auch schon. Drei Stück noch. Ich sterbe. Ich bereue es immer, wenn ich das Hauptszenario nicht vorher schon gemacht habe. Das sieht sich immer so. Vor allem, wenn man Pech hat, wenn man ganz, ganz viel Pech hat. Wo bist du? Da ist die Stola. Da! Das läuft jetzt doch schön bunt. Noch ein Neuling. Sieht aus wie ne Grabkammer. Ist es wahrscheinlich auch. Ich mag keine Grabkammern. So, eine Quest haben wir. Ach, da kann man noch hochgehen. Wo? Hoppla! Da nehmen wir dann aber auch ein Reicht hierfür. Und wo? Da. Also ich fürchte, ich verliere mich heute wieder in der Story. So kann ich ja einmal hier... So kann ich ja einmal hier... Ich glaube, hier drin kann man sowieso nicht fliegen, oder? Das sind diese blauen Dinger da oben. Weiß ich das jetzt nicht. Ich hab eben schon genug so eine Dinger gesehen, oder? Hier war davon noch eins. Ich hab's befürchtet. Das ist ja cool, wenn man hier fliegen kann. Vielleicht schon, dass ich irgendwo da draußen nicht fliegen kann. Was hab ich hier drin? Ich glaub gar nicht, wie sehr ich mich gefreut hab, als man endlich fliegen konnte. Und wie traurig ich war, als man dann später nicht mehr fliegen konnte in den neuen Gebieten. Jedes Mal, wenn man dann in einem Gebiet fliegen konnte, war man raus. Das war nicht nett. So. Ja, der dicke Schokopo. Jetzt fühl ich mir nur wieder so langsam. Okay, passt. Wie komm ich da hoch? Oh, warte mal. Alter. Ich finde das immer noch irgendwie unheimlich. Huch. Boah. Boah, ist das eigentlich echt brutal. Weißt du? Du hast die ganze Zeit das Gieterkraut da vor dem Viech. Und eigentlich müsste der Mopper ja wissen, dass er niemals, niemals dieses Gieterkraut erreichen wird. Niemals. War mein Viech. Das hat schon irgendwo ein trauriges Schicksal. Ich meine, die fette Katze macht das ja wenigstens freiwillig. Der Fokum-Muppe eher weniger. Die erste Schokum-Muppe denkt sie nur, Giza-Code, Giza-Code, Giza-Code. Gibt mir ja nicht das Giza-Code. Ja, hier hast du einmal dein Notizbuch. Ich fühle mich irgendwie ausgenutzt. Man, nur Botengänge. Letzten Mal schon. Ich brauche. Ja. Ja, nein. Ich bin ja schon gespannt, wann die nächste Indie kommt. Und ob sie mir den Hintern aufreißen wird, diese Indie. Guck mal, warte, was ich einmal nebenbei machen kann, ist, mich einmal für den Stufenausstieg anmelden. Äh, für den Stufenausstieg anmelden. Dauert eh wieder Ewigkeiten. Pass auf, und jetzt komme ich direkt rein. Also heute habe ich tatsächlich Glück, was die Indies angeht. Muss auch es unbedingt noch schaffen, meinen Halter irgendwie zu leveln. Der ist erst 38. Müsste irgendwie noch hochkriegen. Würde ja sagen, das mache ich morgen, aber morgens spiele ich ja auch. Ich glaube, das könnte im Stream etwas langweilig werden, wenn ich die Klassen hochlevel, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das jemanden großartig interessiert. Höcheln. Ich habe hier was für dich. Ja, okay. Warte, schließe ich einmal kurz ab. Geht heute echt schnell. Das macht mir Angst. Warum geht das heute so schnell? Das ist jetzt die Idee. Was stimmt hier doch nicht? Wer hat das Spiel gehackt? Ganz, ganz seltsame Vibes. Ganz, ganz seltsame. Bitte lass es was Gutes sein. Bitte lass es was Gutes sein. Bitte? Nein! Ich werde sterben. Oh nein. Nicht hüte, dass sie es. Gut. Das wird lange dauern. Das Ding werde ich doch wieder verkacken. Das Ding verkacke ich. Nein! Ich... Nein! Ich kriege... Alter, ich kriege... Ich habe jetzt schon nasse Hände vor. Oh, du kennst den letzten Boss noch. Ja, eben nicht. Das ist ja das Problem. Oh, aber ich glaube noch jemand, der den dann nicht mag. Hybrid. Es sitzt gleich was, aber kein Weißfall. Alter, ich... Nein, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Ganz schlechte Erinnerungen. Oh, und diesmal noch als Nahkämpfer. Oh, ich... Oh, ich... Oh, ich... Oh, ich... Meine Gruppe wird mich lünchen. Ich merke das jetzt schon. Von allen Innisen, die man hätte reinkommen können. Komm ich in die Schlimmste. Ich bin in Gedanken bei dir, du schaffst das. Heimat, du musst dich von außen irgendwo unter... Also, ne, irgendwo würde die Arme greifen. Und wenn du mir das nochmal irgendwie einprügelst. Öh, ich... Ich weiß nicht, kann... Ich weiß nicht, kann ich nicht mehr. Ich darf mich nicht mehr dran erinnern. Beim besten Willen nicht. Ich habe den nur einmal gemacht. Wieso, ich will denn mehr werden? Ich will nicht gegen Drache kämpfen. Und ich habe mich vorhin noch über Leviatahn beschwert. Also, heute habe ich auch kein Glück, was irgendwie das angeht. Wieder so mein Tag. Ich bleibe einfach vor... Vorne stehen. Und die machen den Kampf alleine. Wie wäre es? Ich glaube, die wären nicht so... Geister, wenn ich denen das vorschlage. Wie ging der nochmal? Du, ich forste echt gerade den... Mein kompletter Kopf. Das ist schon so lange her. Ich bin... Ich bin in der crie. Ich bin in der crie. das ist schon das wichtigste war nicht sterben ja ja und ich glaube man musste dann unter diese eine kuppel kommen oder da war doch dann wo man wo man dann diesen dahin rennen musste war da nicht irgendwas und ich glaube auch nicht direkt davor stehen ich gehe nicht mehr zusammen ich weiß es nicht mehr du hast zwei dran ja ja ok ich glaube ich möchte von der fähre sofort umgeboxt werden Das wird aktiviert werden und dann unter die Kuppe. Von der Kuppe wird mich lünchen. Die Kuppel ist nicht da. Oh, es ist Wipe. Okay. Fingen wir nicht hin. Ich bin schon wieder so... äh... negativ. Also diesmal bin ich echt negativ, weil ich weiß, dass ich verkacken werde. Zumindest beim ersten Mal. Das würde alles auf meine Kappe geben, wenn wir versagen. Aber warum hätte ich... ganz ehrlich, warum habe ich nicht darauf gewartet? Oder bevor irgendjemand gefragt wird, ob man jetzt reingeht. Ich kenne die Hoffnung, dass ich da niemals so schnell wieder rein muss. Was? Oh... Das ist so... Oh Gott! Einander wenigen Indies ich nicht gerne mache. Ich glaub nicht, in Ruhe... Ich weiß gar nicht, mit wem hatte ich das damals gemacht? Mit dir, ne? Albus? Meine Dufte war mit bei? Nee, nee, die Dufte war nicht mit bei, oder? Nee. Da haben wir auf jeden Fall eine Sondorfote kennengelernt. Oder war Dufte auch mit bei? Ich weiß nicht. Ja, ja, das war meine Frist. Ich weiß nicht. Das war das Schlimmste. Mich hat am Ende, glaube ich, einfach nur noch mal schließlich das Gewissen gekickt. Ja, komm, wir waren zwei Neulinge. Aber ja, den meisten Scheiß hab ich gebaut. Und der Alma, als ich es eigentlich fast geschafft hätte, ist unser Haider, äh, nee, doch, einer von uns ist flöten gegangen noch. Vor mir. Beim dritten Mal. Die ersten zwei Male bin ich als erstes flöten gegangen. Da lag ich ja direkt erworben. Ja, anfangs ging es so. So später nicht mehr. Später war scheiße. Später war, es war einfach blöder, blöder Mist. Aber das macht mir gerade keinen Mut, halb mir das weißt du schon, oder? Jetzt fühlt mir mein eigenes Versagen und noch mehr vorauf. Wie fährt das da kacken? Ich glaube, ich werde mich dann nachher in der nächsten Ecke vergraben. Spannung steigt. Hybrid, du weißt ganz genau, das ist, was nicht stimmt. Das ist, was nicht stimmt. Das ist, was nicht stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war kacke! Ich will nicht, ich will nicht! Ich will nicht, ich will nicht, ich will einfach nicht! Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht! Das war's für heute. 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 Oh my god. 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 Das sah doch gut aus, ne? Geht, ne? Wie gesagt, mich wundert, dass ich nicht gestorben bin. Ja, aber ich hab mich bei mir richtig geblitzelt. So mit sich bewusst. Ich kann mich immer noch nicht an sie gewöhnen. Sieht so ungewohnt aus. Für mich ist es und bleibt es Ida. Ich bin halt so ein Gewohnheitstier, nicht? Gewohnheitsmensch. Vor allem in den Videos für YouTube, da ist sie halt noch Ida, ne? Und dann sitze ich da und sehe sie und Papa Limo halt zusammen. Und denke mir so, das waren noch Zeiten. Und das ist nur ein Stream her. Ich brauche echt ne Eingewöhnungsphase. Ich muss aber einmal... Können die jetzt wieder hell werden? Oder auch gar nicht? Oh Gott, das ist ein falsches Licht. Warte. Das war zu hell. So. Oh, ich glaube so schlafe ich nachher ein. Wenn es so dunkel bleibt. Aber das Kostüm ist so süß, das wir da haben wollen. Es gibt ja eigentlich so viele geile Outfits, die man cosplayen könnte. Ich weiß, ich kann sowas nicht selber machen. Vielleicht sollte ich mir so einen Nähkurs mal... Ich kann doch nicht mal einen Knopf annähen, ne? Ich kann vieles. Aber ich kann keinen Knopf annähen. Oder eine Sockenstopfen kriege ich auch nicht hin. Bei mir lösen sich die Fäden immer sofort wieder auf. Also, ich glaube, ich würde es sogar hinkriegen. Ich weiß so nie, wie man das ganze Ding beendet. Also, eigentlich nicht. Das ist einfach nie fest. Ich kriege deine Knoten da zum Schluss nie hin. Was nehmen wir denn? Ich bin für jede Keilerei. Bisher war es ja ganz witzig. Aber ich glaube, es wird Zeit... Weißt du? Wir haben keinen Bock mehr auf den Scheiß. Wir sagen einfach Liebe wohl. Ne, wir kämpfen für alle, die nicht mehr hier sind. Würde ich sagen. Aber, Albert, du glaubst gar nicht, wie oft ich mir jetzt den Theme, der gerade im Hintergrund läuft, angehört habe, ne? Ich gehe frisch ist damit sogar schon auf den Keks. Ich habe ihn gestern den halben Nachmittag damit genervt. Ich hatte das nur noch laufen. Durchgehend. Das war echt schlimm. Und ich glaube, es gibt bestimmt noch bessere Tracks. Aber... Irgendwie bleibt mich das Lied. Hallo, Luna. He, he. He, he. He, he. He, he. Ähm. Ich weiß nicht, ob du sie noch schon kennengelernt hast. Gut, das weiß ich gerade gar nicht. ich bin gerade noch so überwältigt von dem müde das ist gerade dass ich nicht gestorben bin das kann aber sein doch ich glaube ich bin echt so ein bisschen neidisch auf das outfit wobei mir das hier auch gut gefällt mit meinem bin ich auch zufrieden ja das ist echt das ist tatsächlich mein outfit was ich mir selber beschafft habe und wo ich echt stolz drauf vor allem das passt so mega gut zu luna das passt hier so mega gut aber wie gesagt meint das auch nicht schlecht bin ich auch ganz stolz drauf ja 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 ja